Okay, ja, ich zeige die Kurzform des Yang-Stil, Cheng Man Ching 37er, Kurzform. Fersen zusammen, das Lösen der Muskeln kreiert die Bewegung nach unten, sinken, rechte Fußmitte, Schritt zum Parallelstand, rein spiralen, zurückfedern, in die Erde verbinden. Chi wecken, Handgelenke setzen sich, Release aus den Füßen, bequeme Höhe, Fuß dreht ein, reinsetzen, ausdrehen, darunter und vor, Release in die Finger. Reinsetzen, drehen, in die Mitte, Fuß passt sich an, aufladen, sinken, vordrehen, Release, Abwehr links. Vogel am Schwanz fassen, um die Achse, drehen, aufladen, Release. Auf der Mittellinie zurück, lösen, rollen, darunter und vor, drücken, stoßen. Zurück, Hüfte dreht, Ball halten, aufladen, vordrehen, Peitsche, Hände heben, aufladen, Schulterstoß, Release, reinziehen lassen, kranig, breitet die Flügel aus. Knie streifen, spiele die Laute, Release durchsinken, Knie streifen, Übergang, Fauststoß, rein spiralen, aufladen, sinken, Release, darunter und vor, stoßen. Vom rechten Fuß, rein drehen, öffnen. Zwei Drittel, Schulterbreite, Hände kreuzen, lösen, rein drehen. Schritt in die Ecke, Fuß passt sich an, aufladen, sinken, nach rechts und zurück, wieder in die Ecke, ganz zurück, rollen. Drücken in die Ecke, stoßen. Schritt in die Ecke, Peitsche in die Ecke, zurück, kleine Drehung, Fuß gleitet, rein drehen. Schritt in die Ecke, rein drehen, Hüfte dreht, zurück, Handgelenk auf Handgelenk, Fuß auf der Ferse vor, Faust unterm Ellbogen. Lösen, drehen, vordrehen, Affen abwehren. Langsam, langsam, Ferse runter. Letztes, Affen abwehren, Hand lässt in die Leiste los, Schritt diagonal in die Mitte, aufladen, Release, diagonal fliegen, vom vorderen Fuß reinziehen lassen, Ball halten. Schritt parallel, schritt parallel, Wolkenhände. Ganz in die Ecke drehen, Ball halten, Hände zum Körper und zueinander. Schritt, Schulterbreite, zwei Drittel Schulterbreite. Letzte Wolkenhände, Fuß dreht in die Ecke, ganz zur Seite, in die Mitte, Arme lassen los, aufladen, Release, reinsetzen, drehen. Peitsche, gehockte Peitsche, zurück in die Ecke, Ellbogen in die Leiste, in den vorderen Fuß, aufrichten, ausdrehen, Schulter zur Hand. Goldener Hahn rechts, goldener Hahn links, drehen in die Ecke, Schritt zurück, von der Hand weg, eindrehen, öffnen, Hüfte zieht den Fuß, schließen. Drehen, drehen, kleiner Kick rechts, eindrehen, reinsetzen, sinken, drehen, öffnen. Hüfte dreht, Ellbogen, Schultern lösen, kleiner Kick links, nach links, rechts. Kick mit der Ferse, links, drehen, aufladen, Kniestreifen links, Kniestreifen rechts, Faust schließt sich, tiefer Fauststoß. Aufrichten, ausdrehen, linke Hand, Schritt und rechte Hand, Vogel am Schwanz fassen. Stoßen. Stoßen. Schöne Dame am Webstuhl, zurück, drehen, rein spiralen, aufladen, Relis. Zurück, drehen, Hände wechseln, Schritt zurück, um die Achse drehen, aufladen, Relis. Zurück, dritte, zurück, drehen, Hände wechseln, um die Achse drehen, aufladen, letzte Weberin. Zurück und drehen, wieder nach rechts, Schritt breit genug, Abwehr links, Vogel am Schwanz fassen. Hüfte dreht, Ball halten, Peitsche, gehockte Peitsche, zurück, Ecke, zum Knie, in den vorderen, eindrehen, hinten, aufrichten, ausdrehen, von den Händen weg, Stoß zu den sieben Sternen, öffnen, lösen, seitlich zurück, drehen, Tiger reiten, rechts, links, sinken, drehen, entlang gleiten, Fuß kreist, nach rechts, zurück, Schritt in die Ecke, zurück, rechte Ecke, Mitte, linke Ecke, linkes Bein streckt sich, Tiger schießen. Zurück, ein drehen, reinsetzen, Ball halten, Fuß ranheben, sinken nach links, rein spiralen, aufladen, Fauststoß. Reindrehen, Ferse, Zehen drehen, öffnen, gerade drehen, senken, Fuß, Hände heben, Schulterbreit parallel, Hände drehen, lösen, senken, Handgelenke setzen sich, release, ausdrehen, rein spiralen, in die Mitte, schließen. Ja.